Und da ist er wieder! Ja, da bin ich wieder, bin ich wieder. Hallo! Iiii. Warum? Iiii. Hallo. Ich bin der voller Supermensch. Ja! Iiii. Supermensch. Party-Supermensch. Iiii. Ah. Pfff. Ah. Iiii. Ein ekelhafter Flash. Hallo. Was soll'n das jetzt? Iiii. Was soll'n das jetzt? Hallo, Tendos. Was ist denn da? Iiii. Ein ekelhafter Flash. Was machst'n hier? Reiß'n denn die ganze Bude auf hier? Na, hallo. Ich hoffe, das wird dir nach... Alter. Gott sei Dank ist hier ein Ganglotz drunter. Mhm. Das geht aber nachher wieder zu, ne? Ja. Weil so hässig soll das hier nicht aussehen. Das möchte ich einfach nicht. Dass das so hässig aussieht. Du bist doch hässig, Pastor. Hallo. Ich bin voll der hübsche Mensch. Ich bin attraktiv. Okay. Nein. Den, den, den. Ah, den spoil'n ich mehr. Nee. Fluid. Strom. soll das hier werden hallo ich würde dafür schaffen faul zu sein allein mit den ender pillen danke da kann das nämlich auch herumhängen manche extraktobots naja module doch eigentlich nur für kisten in dem wächst ja wasser bodelt je Cla Vas ja Wir sind schon wieder. Ja. Uuunalson! La, 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 la! Tento sagt Null, das ist klar! Ups. Die? umgefluchst ich habe fluchst und zugedreht ich weiß nicht erst mal nicht strom strom Stromer Kurver Oh, dieses Loch wird dir dieses Loch eingeh... Ups Hallo... machen sie bitte das Loch hier wieder weg Na ruhig Nein Noch? Da haben wir diese Lochstopfer hier Schnabel Also, ah, aber Was müssen wir das unter... mir ich bin doch voll der nette mensch nee klar ist ein torfkopf v9 kommen hier habe ich für dich gefunden gefunden ich habe den scheiß jetzt hingepackt nein wo habe ich meine meine 25 millionen banking gepackt und mein solarpanel dazu ich bin schon wieder durch und durch durch und durch bescheuert ich muss versuchen da also nicht oder hier ist auch nicht ich weiß wo hier ja hier ist schon produziert da war ja was knall da kann das sein ob ich leichten nein liegt noch nicht doch ich mache ich doch auch zu lügen habe ich gesagt du sollst lügen habe ich glaube schaut ich gleich aufzulügen ich habe sie nicht von uns beiden gewaltig hast du die gar nichts ich möchte der strom rein haben also auch hier ins hat so Ich hätte den, na gut, das ist ja egal, zack, der Strom ist schon mal da, auch da. Hm, die werden nicht reichen, aber ich weiß, was reicht, ist die andere hier, aber sowas von ist die andere hier, wie schon fertig, Kollege? Sehr. Ach, mit dem Schmelzen, wenn nicht, was das ist? Hm. Ah, der sucht, ja der sucht ja jetzt andersrum rein. Ist das irgendwo ein Anschluss oder warum? So, die schließe ich hier an. Ich habe keine Energie. Ah, ist auch beschissen. Komm her, kleine Bank. Komm zum Onkel, der tut dir nichts. Hier ist alles ein Anschluss. Oh. Plupp. Äh. Wir machen das mal allmodisch so. Plus 80. Danke. Mh, 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 mh. Poliziert er schon? Ey, biodiesel. Jaaaay. Minus 70hf? Das ist aber nett. Wo bist du grad? Ähm. Bei der biodieselanlage. Und die ist wo? Da wo die... Und im Keller. Ach so. Also zu weit weg von den Kisten. Ich komme. Komm doch schon hin. Kein Problem. Du sollst mir nur mal sagen, ob die beiden Pipes, die auf den Kisten sind, ob die eine rot ist. Äh, rot oder grün. Oder eher gesagt, ob die rot ist. Oder auch nicht. Warte. Bei mir jetzt oben, also da. Mh. Nicht da davon hier aus nicht. Nicht da. Wo denn? Ach, oben. Also die Punkte sind rot. Und... Ja, die sind rot. Und da sind kleine grüne Punkte mit bei. Ah doch. Na gut, alles gut. Wie läuft? Dann eigentlich... Ja. Und wenn ich grad so ein bisschen Probleme gehabt. Alter, warum fehlt denn schon... Alter, wo ist das ganze Eisen hin? Also nicht. Centros? Wo ist das Eisen hin? Weiß ich nicht. Jetzt... Die läuft gar nicht. Die sind rot mit grün Punkten. Ja, aber die ist rot, die läuft nicht. Wo ist das ganze Eisen hin? Weiß ich nicht. Jetzt sag nicht, du hast das ganze in diesen scheiß Pipes reingesetzt. Junge. Ja. 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 Nicht dein Ernst, oder? Hm. Die kosten einen Eimer, oder was? Das sind Fluid-Dinger. Das ist nicht dein Ernst, oder? Nee. Ja toll. Kann nix machen ohne Eisen, schalalalala. Kann nix machen ohne Eisen, schalalalala. Kann nix machen ohne Eisen, schalalalala. stecks aber das in afg haben die laufen zu können das sein dass ich zwischendurch immer basic setzen muss nämlich aber ich meine ich die vermuten du kannst mich abgeschossen jetzt habe ich gar keine zuchtstation mehr hier vorne wir müssen die einmal kurz weg hier und ich mittlerweile ein ding auch ein bisschen herbekommen weil das geht ja gar nicht dass sie knapp zwei tage und das eiserschöne weg ja ich weiß wir wussten dass das teuer wird ich habe das rezept nicht angeguckt das ist so viel kostet der ist ganz gut der ist ja natürlich noch besser es hat strom es läuft mir musste basic pipes dann noch zwischen schalten dass das funktioniert ich kombinieren das ist halt das problem skate hatte ich das geld hat eigentlich daran nichts geändert in den rezept meint er okay ich würde den dem kombinieren das tolle ist provider pipes auch nicht 13 stück noch dann ist das hier mit der kohle und so alles angeschlossen gar nichts haben wir gar nichts gut da unten sind jetzt noch 110 eisen drinne die sollten aber erstmal drin bleiben dass jetzt auch nichts mehr nach produzieren weil gerade am züchten ist wieder weiß ich nicht was mit der maschine dahinten los ist wie kann er das hier gemacht drei nee da hat er jetzt alles raus gepumpt ne das hab ich noch für dich das und das und das und das hab ich noch für dich aber dafür habe ich jetzt schön viele unrouted pipes ja ist klar okay das ist warm ich mache hier noch ne basic pipe man ich mache hier noch ne basic pipe man ich mache hier noch ne basic pipe man zentos ist der master of verschleuder disaster ja heute ja also ich kümmere mich mühsam da drum und dann so zentos so wie so ein staubsaug das kommt ist so was ist denn hier los alter das ist kein lochen pipe zu verlegen warum pipe zu verlegen warum hinten kiste für was für was alter nimm mir doch jetzt die farm hier nicht weg die bleibt nicht hier ne leg nicht unnötig in der pipe hin die wandert nachher nach dahin nein ich meine hinten für was im keller ja dann legst du aber noch nicht dass du im keller bist weil ich noch keinen weg weiß ja ich kann ja auch außen rum erstmal legen da kommen sowieso schlechte drüber du wirst es sowieso aaa aaa schuldig nicht hier schenke ich dir mach dein scheiß markt mit aus nein doch das ist mein gebiet hier du kannst ja höchstens hier komplett außen rum gehen einmal in der mitte und dann wärs ja schon über dem ding nachher über den weg da bist du ja überm keller ja das wär die ganze so quer rüber ist ja ekelhaft und da kann sie erstmal stoppen und uns ganz von oben runter gucken lassen und danach hab ich noch keine ahnung gar keine was sind jetzt eigentlich die beiden silber chests hier bei den silber chests was machen die jetzt die eine zum anfordern die andere zum wegschicken welche fordert andere welche wegschickt weg ach hier kann man bequesten ach hier kann man bequesten die rechte kannst du anfordern und die lenke ist zum wegschicken ja irgendwie fordere ich sachen an request meine musst du noch aufklicken da ist es mhm deswegen hab ich eigentlich gedacht dass die kann man nicht mehr eingeben ach so kann man unten doch dann hab ich eigentlich gedacht dass die die case ganz woanders stehen als